Am Freitagnachmittag, 7. Juli 2023, geriet gegen 13 Uhr ein mit Strohballen beladener Sattelzug auf der www.b45.de bei Höchst im Odenwald in Brand. Dem Fahrer gelang es noch seine Zugmaschine abzukoppeln. Der Auflieger mit den Rundballen wurde jedoch ein Raub der Flammen. Durch den brennenden Lastwagen war die www.b45.de zwischen Mümling-Grummbach und dem Kreisverkehr Höchst im Odenwald über Stunden für den Verkehr blockiert. Rund um den Bereich staute sich der Verkehr in alle Richtungen. Für die Löscharbeiten rückten die Feuerwehren aus Höchst, Michelstadt und Bad König an. Mit Löschwasser aus den Tanklöschfahrzeugen wurden zunächst die offenen Flammen auf dem Auflieger abgelöscht. Weiter wurden die Strohballen mit Teleskopladern abgeladen und mit Traktoren auf ein nahes Feld gefahren. Dort konnten die Ballen kontrolliert abbrennen und die Reste wurden endgültig abgelöscht. Die Feuerwehr achtete darauf, dass sich der Brand nicht auf andere Bereiche ausbreitete. Die Löscharbeiten stellten für die ca. 50 eingesetzten Feuerwehrleute bei den aktuellen Temperaturen eine enorme Belastung dar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bilder und Text von 5 Vision News Re-edited by Hashtag K-O-O-G-L-E-Tour-Vision Wenn Sie an. Verletzt wurde glücklicherweise revealed, wenn sie nicht mehr Z-Tour-Vision neugete eco-fortrate, Vielen Dank.